Meine Damen und Herren, die Rollen in diesem Musikvideo sind frei erfunden. Die Geschichte auch. Für Personen, die Kunst von Realität nicht unterscheiden können, ist dieses Werk nicht empfohlen. Für den Rest heißt es, let's go! Wir haben gar nichts gemacht. Wir haben gar nichts gemacht. Guck mal, er liegt verletzt dort. Echt so, übertreibt man nicht so. Ihr seid so schamlos. Komm, hol bitte. Okay, warm. Heute nach Schule 16 Uhr. Okay, kein Problem. Wir werden euch zerfetzen. Wir werden sehen wir aber nicht cross requieren. Aber wir werden sehen wir nicht, wie es eine müssen. Ich freue mich. Du bist noch nicht schärf! getting plus sich zu diesem stellen! Sie pumpen noch mal weiter. Man wird euch auf journeys vergessen! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Boys gegen Girls, es ist Girls gegen Boys. Vorher habt ihr euch gefreut, nachdem ihr habt ihr es bereut. Jungs, ihr wisst selber, dass ihr heute kassiert. Sorry, not sorry, wenn ihr euch heute blamiert. Boys gegen Girls, es ist Girls gegen Boys. Tut uns leid, doch was quatscht ihr dafür ein Zeug? Wenn euch keiner zuhört, seid bitte nicht enttäuscht. Wir haben Taschentücher für euch, falls ihr später heult. Auf die Plätze fertig los, ich leg los mit meinen Bros. Ihr seid also Radio, sieht man nicht wie Radio. Das wird keine Party, no. Mädels, das ist unsere Show. Ihr seid Noobs, wir sind die Post. Easy wie der Song von Chrome. Uns macht ihr keine Angst, schneid euch besser schnell mehr an. Es wird böse, es wird krank, so gefährlich wie ein Stunt. Bringt euch zurück, so wie fand. Leere Flasche, kein Verstand. Zieht ne Nummer, stellt euch an. Jungs, kommt, redet mit der Hand. Was werden die Mädels plötzlich frech? Ihr seid fake, wir sind echt. Die Boys wollen wieder Stress, doch die Girls sind hier die Chefs. Bitte macht man nicht auf Schiff. Keine Ahnung, was ihr rappt. Euer Rap, einfach schlecht. Keine Gnade, euer Pech. Wir sind nicht, wir sind vielleicht nicht in eurer Liga, wir sind über eure Liga. Wir sind über eure Liga. Geht mal nach Hause. Was wollt ihr? Das wird krass, Digga, habt ihr schon gehört? Das ist der Klassiker, Boys gegen Girls. Niemals, dein Ernst. Es geht jetzt ab, konnte es nicht glauben, als ich es gecheckt hab. Boys gegen Girls, es ist Girls gegen Boys. Vorher habt ihr euch gefreut, nachdem ihr habt, ihr es bereut. Jungs, ihr wisst selber, dass ihr heute kassiert. Sorry, not sorry, wenn ihr euch heute blamiert. Boys gegen Girls, es ist Girls gegen Boys. Tut uns leid, doch was quatscht ihr dafür ein Zeug? Wenn euch keiner zuhört, seid bitte nicht enttäuscht. Wir haben Taschentücher für euch, falls ich wieder heult. Guckt mal, Boys, ihr labert Stoß. Ihr habt kein Geschmack wie Luft. Ihr seid leider nervig bloß. Was ihr labert, einfach schluss. Ihr betreibt eure Rolle, doch wir haben die Kontrolle. Euer Rap für die Tonne. Unser Rap heißt wie die Sonne. Unser Rap heißt wie Fieber. Unser Rap ist einfach realer. Ihr seid Auswechselspieler. Ihr seid nicht in unserer Liga. Wie viel seid ihr nicht bereit? Selber schuld, wenn ihr gleich weit. Sorry, doch tut uns nicht leid, wenn ihr gleich wie Bibi schreit. Wir besiegen alle. Jetzt seid ihr an der Reihe. Fressen euch zum Frühstück. Ihr seid kleine Fische. Wir sind high. Bitte, Götter, doch es reicht, dass ihr es uns nicht begreift. Ihr seid doch komplett verpeilt. Keine Chance, alles vorbei. Macht mal halblang, yes. Das ist so albern, yes. Was dieser Streit ist. Er ist einfach peinlich. Ihr denkt, dass das lustig ist. Oh, das wusste ich nicht. Ich sag euch, was ich denke. Reicht euch lieber mal die Hände. Ich sag euch, was ich denke. Was ist das? Ich gebord, bitte. Nicola, wohin rennst du eigentlich? Was? 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 Jetzt geht's! Wie geht's hier? Ich hab nichts gemacht. Ja, ich hab nichts gemacht. Ja, ich hab nichts gemacht. Könnt ihr mal aufhören damit? Ist alles gut? Was ist da passiert? Der war geil! Der war geil! Okay. Schön, dass die Kamera schon läuft. Ja, aber warum? Stopp, stopp, stopp! Haha! Ihr seid ernst? Sie strahlt gerade wie bei so einem krassen Foto? Haha! Haha! Egal, guck! Nein, das ist klinisch! Ist doch egal! Das ist total klinisch! Und bitte! Uuuuuh! Ein, zwei, drei! Ja! Hammer! Ja, rein! 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 Ja, rein!